Norddeutscher Rundfunk 2021 Du kannst mal in die Rollbox nehmen und die Säcke herholen. Ja, ja. Dummheiten hast du im Kopf, ja. Läuft bei dir. Mit ihrem 40 Jahre alten Lkw sind Peter und Walter Vollmer täglich unterwegs. Gerne, du machst dich da doch mal auf. Hm? Ja. Wie, die Taten? Wer ist das? Papi. Nee, 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 nee. Die beiden verdienen ihr Geld mit dem Einsammeln von Altpapier und Pappe. Papi! Du sollst nicht Papi sagen. Du weißt genau, wie ich heiße. Da kommen die Leute immer an, auf der Straße fahren. Hier suchen kann aber schön mit. Wie gesagt, da ist nicht mal so, dass man jüngste Bruder. Aber hat sich in letzter Zeit so angewöhnt. Haupteinsatzort, die Innenstadt von Osnabrück. Hier fällt massenhaft Altpapier an, das die Vollmers dann weiterverarbeiten und an eine große Papierfabrik verkaufen. Du kannst aufsteigen, mithelfen. Alle da? Ja, komm mal her. Walter ist 79, sein jüngerer Bruder Peter 63. Seit fast 50 Jahren sind die beiden zusammen unterwegs. Wir sehen zu, dass wir einigermaßen gesund leben. Dann geht das. Früher Sport getrieben, leicht anletisch. Und Rad gefahren. Und Paddelboot gehabt. Heute heißt das Fitnessprogramm ausschließlich frische Luft und ganz viel Papier sammeln. Die auf dem Sofa setzen und im Fernsehen gucken. Total verkehrt. Peter, wie läufst du denn wieder rum? Musst du deine Hose zumachen? Hast du das vergessen? So. Komm her. Ganz alleine. In letzter Zeit ist vergesslich geworden. Und schwerhörig. Aber es sind alles Erscheinungen, kann man nichts mehr machen. Peter hat das Down-Syndrom. Dass er damit jetzt kurz vor seinem 64. Geburtstag steht, hätte vor Jahren kaum einer geglaubt. Hier, hol dir die Sackkarre. Peter, hol die Sackkarre. Ja. Er ist ja kontaktfreudig. Und das hat ihn ja auch genützt. Deswegen ist er ja auch so alt geworden. Wenn Sie bedenken, diese behinderten Menschen, die wurden früher versteckt und wurden 30 Jahre alt. Oder später 40 oder 50 und dann war es auch meist vorbei. Na? Peter, nur zwei nehmen. Nimm den oben runter. Also, ein bisschen lang. Das ist zu viel. Peter ist einer von 50.000 Menschen in Deutschland, die das Down-Syndrom haben. Ein angeborener Fehler im Erbgut. Peter hat Glück, dass er mit seinen 63 Jahren noch so agil ist. Rund die Hälfte aller Menschen mit Down-Syndrom leiden unter einem Herzfehler. Viele haben schon als Kind Sehstörungen. Auch Leukämie tritt bis zu 20 Mal häufiger auf als bei gesunden Menschen. Sein Bruder Walter hat sich sein Leben lang um ihn gekümmert. So, komm her. Ich stehe auf dem Standpunkt, es gibt geschrieben und ungeschriebene Gesetze. Und zu den ungeschriebenen Gesetzen gehört, dass wir den nächsten Verwandten, wie Eltern, Brüder, Schwestern, Kinder, wenn die Hilfe brauchen, dass man denen hilft. Und zwar ohne lange zu fragen. Oder was kriege ich dafür? Wegen Peter hat Walter nie geheiratet. Keine Frau wollte sich auf den behinderten Bruder einlassen. Es ist ganz klar, wenn man einen Kranken oder Behinderten oder einen alten Menschen in der Familie betreut, dass das auf Kosten des Privatlebens und der Freizeit geht. Das ist ganz klar. Walter hat sich damit abgefunden. Er fühlt sich für Peter verantwortlich. Mitten in der Fußgängerzone wird erst einmal gefrühstückt, eins der täglichen Rituale. Immer Butterwurte. Ich nehme immer Schwarzbrot und eine Scheibe Schwarzbrot, eine Scheibe Korinthenbrot und dann Käse drauf. Und Peter hat Butterwurte mit Leberwurst. Ich trink Tee, er trinkt auch Tee. Das muss sein. Man kann nicht mit hungrigen Magen arbeiten. Das geht nicht. Während für Walter die Arbeit ruft, dreht Peter seine gewohnte Runde durch die Geschäfte. Da bringst du ja super Wetter mit heute. Alles gut? Ja. Bei dem Wetter immer, ne? Ja. Und jetzt die Sonnenbrille sauber machen. Hier ist deine Brille. Ja, schön. Guck, jetzt ist deine Brille gleich fertig. Genau, die erste ist schon fertig hier. Durch. Tschüss. Die erste ist schon sauber, ne? Pasch. Walter hat heute noch einiges zu organisieren. Denn morgen ist ein ganz besonderer Tag. Ja, Mittwoch. Ja, klar. Und Peter ist Geburtstag. Walter plant eine Geburtstagsüberraschung für den kleinen Bruder. Details werden aber heute noch nicht verraten. Dann fahren wir mal ´h nach oben. Okay, wir sind jetzt über zwei Uhr morgens. Dann werden wir mit uns vor. Genau. Hallo! Hallo, Peter. Hallo, Peter. Hallo, Peter. Hallo, Peter. Hallo! Einen Harten! Ja, hast du heute einen Tanz? Ja? Gute Laune. Gute Laune hat er heute. Gute Laune. Mensch, dann ist ja was mit dir. Wir sollen Party machen, bevor du in den Urlaub gehst. Moin. Ja. Alles gut? Moin. Oh, wieder eine Sonnenbrille? Brille! Super, im Blau, du bist ja voll ab im Trend. Schick, schick. Wow. Später. Wow. Läuft bei dir. Super. Sehr schick. Haha. Du bist ein Clown. Oh Mann. Ja, das ist vorrangig. Eintracht ab. Komm, hol den Mann. Die Innenstadt ist für heute altpapierfrei, weiter geht es in die Außengebiete. Für die Vollmers hat der Job eine lange Tradition. Schon der Großvater verdiente sein Geld mit dem Handel von Pappe und Papier. Der nächste Kunde, ein großer Supermarkt. Seit 1982 kommen Walter und Peter hier regelmäßig vorbei. Moin. Peter ist nie zur Schule gegangen. Damals wurden Menschen mit Down-Syndrom noch nicht gefördert. In einer Werkstatt für behinderte Menschen fühlte er sich nicht wohl. Blöd dort, so seine Meinung nach nur einem Tag. So. 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 So ist für dich. Okay, ist okay. Reiß. Du kannst ihn da hinten reinparken. Ja. Hast du deinen Beutel schon? Ja, 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 ja. Wo liegt der denn? Hat Walter den? Ja, komm mal da. Ja, ich schau mal ihm nach. So, du bekommst hier mal ruck ins Lunchpacki. Das ist so ein Ritual. Kleine Tüte, Joghurt, ein bisschen was zu trinken. Und was er am liebsten mag, so irgendwann in der Mittagszeit, ist ein Bohnenkamp. Rituale, die Peter den Alltag erleichtern. Denn in gewohntem Umfeld fühlt er sich am wohlsten. Doch das Wichtigste ist der große Bruder. Ja, ich hoffe, dass Walter noch fit bleibt. Er ist ja längst über das Rentenalter hinausgewachsen. Aber ich denke, in den nächsten zehn Jahren wird er noch für uns zuständig sein dürfen. Ich bin da viel lieber unterwegs, als dass ich da am Schreibtisch sitze und gucke aus dem Fenster. Was sehe ich dann von der Welt? Nix. So. Tüte, Hector. Wunderbar. Das war der erste Streich. So. Hab ich. Ja. So, komm her. Ja. Weiter geht's. Ja, Köckel. Unterbleiben. Ja. Bis nächste Woche. Voll beladen geht es zurück nach Hause, nach Bad Bergen. Es ist wieder später Mittag geworden. Die Schwestern Heide und Eva haben das Essen bereits vorbereitet, so wie jeden Tag. Die beiden helfen, wo sie nur können. Sie kochen und machen den Haushalt, um den Brüdern den Alltag zu erleichtern. Peter ist beim Essen wählerisch, lieber süß statt Eintopf. Ja. Nein, 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 nein. Nur ein bisschen. Nein, nein, nein. Peter, nur ein ganz bisschen. Wie? Das mit zu essen? Ja. Und kein Gemüse? Nee. Peter, das ist ein ganz klarer Fall. So. Es werden alle Füße erfüllt. Bitte. So, wo wolltest du es jetzt hinhaben? Ja. An dem Rundtisch. An dem Rundtisch willst du jetzt. Ja, ich tu das. Mh! Mh! Während Peter bereits den Feierabend genießt, muss Walter nochmal ran. Pappe abladen und zu Ballen pressen. Rund 100 Euro pro Tonne bekommen die Brüder für das Altpapier. Der Hof mit den Hallen haben sie vor 30 Jahren gekauft. Damals lief das Geschäft mit dem Papier noch deutlich besser. Damals waren aber auch die Maschinen noch neu und die Energiekosten wesentlich geringer. Doch stöhnen hört man an den Vollmann nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bedauere nur die reichen Leute. Die haben ja keinen Hunger mehr. Die haben auch keinen Appetit. Die können sich alles leisten, ja. Und wissen vor langem war nicht, was sie anfangen sollen. Und wenn sie irgendwo hingehen, die Gesellschaft, die Leute, die da sind, die kennen sie sowieso schon alle. Es kann am Tage meinetwegen alles sein. Ob das heiß ist oder kalt oder trocken oder nass, ob es regnet oder Sonne scheint. Ob sauber oder dreckig, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber eines darf es mit Sicherheit nicht sein. Es darf nicht langweilig sein. Das tötet. Das tötet den Verstand und den Menschen. Eine 50-60-Stunden-Woche und das mit fast 80 Jahren. Dabei ist er nicht mal darauf angewiesen. Denn Walter bekommt Rente und hat auch sonst finanziell vorgesorgt. So. Ende der Vorstellung. Schluss. Schluss. Schrei. Mau. Wer war denn frech? Eva oder Heide? Hä? Wer war frech? Eva oder Heide? Heide war frech. Ja, das sind Frauen, da kannst du nichts mehr machen. Blöd! Die wollen reden. Wenn die nicht reden können, sind sie nicht gesund. Aber abgesehen davon, Männer reden auch viel und gerne. Ich habe hinter meinen rauen äußeren, was ich manchmal auch habe, aber nicht zu zeigen, habe ich immer noch ein weiches Herz. Das darf man aber heute nicht haben. Ich muss man nicht zeigen. Aber auf jeden Fall wollte ich nicht zulassen, dass der Peter im Heim abgeschoben wird. Gucke! Was ist denn? Das ist ein Biest! Wo ist ein Biest? Ja, das ist blöd! Wo ist ein Biest? Da hier, da! Da ist ein Biest! Ja! Und frä! Und bissig! Und bissig! Ja! Na ja, auf jeden Fall, das wollte ich nicht zulassen. Dann würde er schon bei mir leben. Und oder ich? Und bei! Was passt? Du! Du, ich und du. Ja! Wir beiden passen zusammen. Das ist schön. Damit der Mensch auf andere Gedanken kommt. Der nächste Morgen. Peters Geburtstag. In Sachen Geschenke muss er sich noch etwas gedulden. Wie jeden Tag sind die Vollmers seit halb sechs auf den Beinen. Ich geh morgens immer einmal drum zu und guck, ob alles in Ordnung ist. Das ist wichtig. Lkw und Anhänger sind anfällig für Reparaturen. Doch Walter und Peter haben einen Faible für Oldtimer. Denn Sicherheit ist oberstes Gebot auf der Straße. Aha! Hier hab ich schon den ersten Punkt gefunden. Die dürfen hier nicht liegen bleiben. Zum Fuhrpark gehören insgesamt fünf Lkw. Alle aus den 70er Jahren. Alle mit Mercedes-Stern. Für heute gibt's nichts weiter zu beanstanden. So. Aber nun fangen wir an. Drei Container plus Anhänger muss der Oldtimer ziehen. Schluck dabei mindestens 30 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Wieder ein großer Kostenpunkt. Aber Walter liebt seinen Lkw. Für kein Geld der Welt würde er auf einen modernen Bock umsatteln. Robuste Technik statt Schnelligkeit. Es ist ganz klar. Mit einem alten Wagen, einem sogenannten Oldtimer, die früher nicht so auf Schnelligkeit getrimmt waren, dass sie von den modernen Lkw wesentlich schneller fahren können und auch tun, dass sie überholt werden. Aber das macht mir nix. Wenn ich nicht so schnell fahre, kann ich einmal nach links, einmal nach rechts gucken. Und ich kann mir alle Sachen, die mich interessieren, durch den Kopf gehen lassen. Wenn sie schnell fahren, dann müsste ich nur auf die Straße konzentrieren. Die Kartons müssen heute noch etwas warten. Denn zunächst gibt's für Peter die erste kleine Geburtstagsüberraschung. Sie möchten ein Buch abholen? Ja. Weil er nämlich heute Geburtstag hat. Alles klar. So. Habe ich reservieren lassen. Für Vollmacht. Ja. 19,95 Euro, bitte. So, Peter, komm her. Wo ist er geblieben? Weggelaufen. Peter. Jetzt will ich ihm ein Buch übergeben, dann ist er weg. Wiederholen. Ja. Ich kann ja schon mal was haben. Ja, ja, falle. Komm, ich will dir das Buch geben. Komm. Hier gleich, sofort. So, mein Lieber. Alles wieder klar. Danke schön. Tschüss. Bis morgen. Ja. Bis morgen, ne? Jo, macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, komm her. Komm her, jetzt kommt das Buch. Komm her. Und werd nicht albern. Blöde Feuerblöd. Ich hatte hier ein Buch liegen lassen, war eingepackt als Geschenk. Welches Buch? Auf welchem Namen war das denn? Vollmer. Vollmer? Da liegt sie, da links. Ja. Eine Tüte noch dafür? Bitte? Eine Tüte. Oder geht das nicht? Nein, brauchen wir nicht. So, Peter. So. Herzlichen Glückwunsch erst mal. Ne? Und die ersten schüttelten Buch über LKW. Herzlichen Glückwunsch. Herr Roland. So. Tschüss. So. Nächste. Jetzt geht's weiter. Der eine muss schuften, der andere lässt sich feiern. Alles Gute zum Frühstück. Hier. Du hast ein tolles Buch gekriegt. Ja. Super. Bist du nicht neugierig? Musst du reingucken. Ja. Du lieb. Oh, und du bist auch toll. Aber du feierst heute richtig Geburtstag, ne? Ja. Ja. Ja, du hast es gut. Ah. Na? Hi, Peter. Hi, ihr Lieber. Alles Gute? Ja. Hallo. Na? Alles Gute. Ja. Ja. Walter wäre gern Historiker geworden. Doch wegen Peter ist sein Leben anders verlaufen als geplant. Denn eigentlich wollte er mal auswandern nach Südamerika. Das ist mein jüngster Bruder. Da ich der Älteste war, durfte ich zu Hause bleiben. Meine anderen beiden Brüder sind gegangen. Und die vier Schwestern sowieso. Die mussten alle heiraten. Ich komme. Ich komme. Wissen Sie, wer heute ebenfalls Geburtstag hat? Helene Fischer. So, komm her. So. Den Leichtum und noch einen drauf. Ja? Ja. Hey. Sogar am Geburtstag sind die Vollmers im Dienst. Und? Was ist dabei? Das ist doch unser Freizeitvergnügen. Man muss seinen Beruf zu sein Hobby machen. Dann macht das auch Spaß. Ja. Nee? Man soll mal zu Hause sitzen, auf dem Fenster gucken. Oder im Fernseherapparat. Und der Weg ist doch viel interessanter. Auf der Straße, auf der Straße. Nirgends kann es schöner sein. So. Was ist denn? Hier. Was ist? Ach so, Brille natürlich. Totschig. Nein, die Ohren bleiben dran. Die letzte Station vor der großen Geburtstagsüberraschung. So ist mein Co-Pilot. Trinkt schon wieder Kaffee. Kaffeetante. Happy birthday to you. Bitte schön. Und jetzt bitte einmal auspusten, Geburtstagskilch. Ich hab erst auspusten. Ist heiß. Ich hab schon oft genug gesagt. Wenn der nicht behindert wäre, der wäre gar nicht mehr bei uns. Der hätte schon lange gesagt, hier mein Geld her, Porsche und weg. So einer ist das. Hat überall mal eine Freundin. In jeden Laden. In jeden Laden. In jeden Laden. So, Peter. Fertig? Tallerag. Ob du fertig bist? Wir wollen weiter. Nee. Wir wollen nach einem Automuseum hin. Warum? Hier gucken. Viele alte Autos. Ja. Und da ist die Frau von der Dusche. Die kennt dich auch. Da haben wir schon mal Kaffee getrunken. Ja. Ja. Ich muss ihn schmackhaft machen. Dein Portemonnaie. Dein großen Portemonnaie. Mensch. Peter. Das große Geheimnis ist gelüftet. Walter hat einen Geburtstagsbesuch im Automuseum in Melle organisiert. Museumschef Heiner Rössler erwartet die Brüder mit einer besonderen Überraschung. Komm her. Und wir suchen uns gleich mal ein tolles Auto aus. Bitte? Wir suchen uns gleich ein tolles Auto aus und fahren eine Runde damit. Ja. Kommen wir ja aus dem Museum. Schönen guten Mercedes. Noch was Besseres. Mercedes. Packard. Packard. Ja. Mercedes hätten wir auch, aber der Packard ist besser. Zwölfzylinder-Packard von 1916. Er ist 64 geworden. Ach, ja. Ach, mein Feuer! Ich hab ihn bei Benner. Dicke Kuchenkopf natürlich bei Lkw. Super. Jo, danke. Ja, ja, ja. Guten Appetit. Danke. Mh. 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 Gut, Peter. So. Als erstes, Mercedes. Mh. Warte. Ja. Zwölf, dreizehn. Ja. Warte mal. Ja. Wir sind im Melle, im Automuseum, auf dem Hof im Schatten. Und wir gucken uns das dicke Buch mit den alten Autos. Bitte? Ja, das können wir so werden. Ja. Ich geb dir mal den Peter. Zwei von meinen vier Schwestern. Ah! Ah! Ja, liebe! Ja. Ja! Angelei! Ja, du süß! Tempo. Ja! 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 Du lieb! Und die arme lieb! Du spinnst mal nicht so viel rum! Ja! Und brav! Und ein paar Kinder, he! Tschüss! Ist noch einer da? Was? Ja, ich bin noch hier. Du bist so doof, he! Ja! Super! Fabi! Ja, gut! Super! Peter und ich sind nicht so laut. Die Geburtstagsüberraschung. Für Peter und auch Walter ein voller Erfolg. Ich mach die Hauptarbeit nicht. Dann sag ich, Peter, hol mal das und bring mal das wieder weg. Und so weiter. Das macht er ja auch, ne? Das kennt er ja auch, ne? Aber eins hab ich von ihm gelernt, mich in Geduld zu fassen. Ich war früher nicht so geduldig, im Gegenteil. Die waren ziemlich sauber, ne? Aber ich hab von ihm gelernt, sich in Geduld zu fassen, ne? Mit guten Zureden erreicht man mehr als mit Schimpfen oder irgendwas, ne? Papi! Du sollst nicht Papi sagen. Du weißt genau, wie ich heiße. Coming in! Coming in! Bis zum nächsten Mal.